Zum Jahrestag des Kriegsbeginns ist US-Präsident Biden nach Europa gekommen. Nach einem Überraschungsbesuch in Kiew reiste er nach Warschau weiter, wo er gestern vor tausenden Menschen eine Rede hielt. Heute trifft er Vertreter der Gruppe der sogenannten Bukarest 9. Das sind die östlichen NATO-Mitglieder. Die Staaten hatten sich 2015 in Bukarest zusammengeschlossen, als Reaktion auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland. Ziel der B9 ist es, mit einheitlicher Stimme ihre Interessen innerhalb der NATO zu vertreten, sie setzen sich für die Stärkung der östlichen NATO-Flanke ein.